Den deutschen Tischtennisathleten fehlen zurzeit die großen internationalen Erfolge. Sie scheinen einen Dauerkampf gegen die Zweitklassigkeit zu führen, trotz intensivierter Trainingsarbeit und trotz guter Bezahlung. Ein Nachfolger für Eberhard Schöler ist noch nicht in Sicht. Hoch, linker Hang an rechte Hüfte und Seite. Vielleicht aber gelingt der große Durchbruch 1988 bei den Sommerspielern in Seoul, dann, wenn sich Tischtennis auch olympisch nennen darf. Die Kunst, die Flugbahn des zweieinhalb Gramm schweren Zelluloidballs zu dirigieren, aber...